Könntest du mich lehren, ein Lied zu singen, wie du es singst? Ja, glaub schon, ja. Ja? Wir gehen mal auf unseren Starstern. Wollen wir ein Lied zusammen singen? Okay. Also, wenn ich darf. Ja, gerne, natürlich. Wollt ihr es? Wir haben hier extra für Start jetzt für unseren Starstern. Was braucht man für den Erfolg? Was ist das Wichtigste? Das ist das Wichtigste in meiner ganzen Karriere. Barhocker. Ich denke, du trinkst nicht. Hey, aber ich, ich, der Kunst ist, auf diesen Ding zu sitzen, sodass es aussieht nach Arbeit, aber es ist keine Arbeit. Ah, so lebe ich auch mein ganzes Leben, bloß im Stehen. So, also. Aha, und wie setzt man, kann man da besonders? Mach, tu erst, lass mal gucken. Ja? So Art of Seating, die Kunst des Sitzens. Die Kunst des Sitzens. Lass mal gucken. Also erstens, das ist nicht gut, wenn man deinen Schritt, weißt du, so offen ist. Ach so. So ein bisschen, äh, so eine Linie. Hm? Verstehst? Also von hier bis da unten. So das. Einfach mal so eine Linie bilden. So mit, mit, mit Confidence. Mit, äh, mit Überzeugung, dass du dich wohlfühlst. Verstehst? Probier mal. Ja, wir haben noch ein bisschen zu tun. Ne, ich hab ja auch, pass auf, ich hab ja auch einen anderen, ich hab ja auch einen Lieblingsstuhl. Ähm, ich hab mich ja vorbereitet. Ähm, ich bin ja eher so bodenständig. Also ich bin eher der Proletarier, glaub ich so, unter den. Ja, ich hab, ich hab. Der Maurer unter den Sängern. Das passt. Ja? Ja, find ich gut. Okay. Dann brauchen wir noch, ähm, Mikrofone. Okay, äh, das Mikrofon. Deine, deine, deine legendäre Mikrofonhaltung. Wie, mit links, sehe ich ja gerade. Bin Linkshänder. Aber, es gibt viele, die halten fest, als ob, als ob die etwas zum Klammern brauchen. Weißt du, ganz, ganz locker, so ein bisschen erotisch. Hm? So bisschen wie eine Bockwurst, wo man so. Ja, ja, ja. Bockwurst ist gut, da hab ich nicht. Jetzt, würde ich bei der nächste Tornadon denken. Doch, ist geil. Die Bockwurst ist ja auch bekannt als Tourneefasan, ne? Immer an der Tankstelle mal schnell eine Senfpeite reinprügeln. So. Äh, Mikrofonhaltung. Ich mag, ich mag diesen Typ. Wahnsinn. So, dann würde ich sagen, legen wir einfach los, äh, Herr Kapellmeister. Okay, Konzentration. Wir sind ein offenes Himmel, ein unbeschriebenes Blatt. Wir haben so viel gewendet, wie so wenig gewagt. Wer soll Führung sich sein, was uns gefällt. Wer brennt die Stimme, wer brennt die Spiel selbst. Ich denk, du schlägst mit. Das, was für die Stimme, das kann's nicht passieren. Worauf warten wir? Gut. Was wollen wir erleben? Was möchtest du sehen? Was wollen wir fühlen? Wohin soll es gehen? Alles ist möglich, ich mach alles mit dir. Was wollen wir sehen? Was wollen wir sehen? Wohin soll es gehen? Gernot, wohin soll es gehen. Gernot. Der Text war nicht so ganz, ne? Komm, lass uns fragen, was dahinter versteckt Und solltest dir nicht gefallen, dann ist es besser als jetzt War auch gut Was, was wir nicht brauchen, was lass ich passieren Wup! Vor auch varten wir Was wollen wir erleben Was kostens zu sehen Was wollen wir fühlen Wohing soll es gehen Und alles ist möglich Ich mach alles mit dir Vor auch varten wir Vor auch varten wir Vor auch varten wir Wof! Vor auch varten wir Ohne Stuhl Sehr gut Powerkap and Dale Ach